Und halt eine relativ kurze. Also in 3, 2, 1 und go. Moment. Jetzt. Die Taste funktioniert schon wieder nicht. Nein, hört schon. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit ein paar Geiern und Pizzi. Tschüssi. Wobei ich nicht weiß, ob nicht Pizzi der Geier ist. Oh, das sind 1, 2, 3 viele. Ja, komm irgendwo rein. Ich fürchte nur, dass wir in einer zerstörten Stadt nicht viele Bücher finden werden. Dann Rabe. Ich sehe ihn. Wieso? Nein. Das geht schon. Ich bin jetzt hier am Rand. Beim Deiner in der Nähe. Ja, ich bin da. Komm, weiter. Okay. Dann muss doch irgendwo ein Box door geben. Ich hoffe. Das Haus vor dir ist schon interessant, oder? Ah, nee. Ja, genau da. Da ist ein Händler. Da, dahinter ist ein Händler. Da können wir mal reingehen. Ich schau mal da vorne. Das schaut mich auch interessant. Nein, das ist schon wieder... Oh, ja. Ubi Traps Girls. Okay, nein. Da siehst du, das Girls wollten wir auch besuchen. Nein, da ist ein Hund. Aha. Das schaut aus wie... Oh, ein grüner Kopf. Okay. Ich bin gleich beim Händler drin. Ja, und schon wieder so ein... Poppenpilz. Haben wir gleich neben einem Händler. Ja. Das ist wieder so eine Vierer-Einkaufsmeile, so wie es ausschaut. Ja, da ist auch ein Box door, glaube ich, oder? Genau. Oh, Hund. So, na dann geben wir alle einen Loot. Wenn er einen Sledgehammer hat, dann... Oder bist du drinnen? Ich loote erst mal. Ach so. Ich schau mal, ob er einen Sledgehammer hat. Mhm. So. Habt's mir gern. Wiederschauen. Ich schau mal. Oh, wie ging's? Grüß dich. Also. Hat er einen Sledgehammer. Sledgehammer hat er natürlich keinen. Einen Chisel hat er. Brauchen wir einen? Für 15.859 kann man kaufen. Okay. Du könntest mal den Händler einsichern und auf der Karte teilen. Mhm. Tools and Dye Set haben wir. Inkpen haben wir. Wir bräuchten noch einen Suink hat. Schaut schlecht aus. Ah, ein Butcher's Knife. Und ein Butcher's Knife, genau. Nein, hat er nicht. Okay. Gut, dann geben wir unten noch die Dinger. Der hat nicht richtig was. Ach, hast du da überall schon durchgeschaut? Gut. Gut dann. Nein, ich bin gleich direkt zum Hemden da rein. Aha, weil da die Türen offen stehen. Okay. Nein, ich muss nicht. Gut. Gut. Kann man mal jetzt noch so vor. Da haben die sehr wenig eigentlich. Ja. Und schon. Zementmischer ist kaputt. Okay. als chemiestation ist kaputt nein ich will dich nicht ich bin entladen sicher takt auf dem händler ja auf jeden fall bergbahnschie ist kaputt ok ich habe einen rocket launcher diese dreckige lache gehört ich habe drei munition auch noch ich habe das mit ihr gar nicht gefunden könntest du schon ab du siehst wo die workbench meinst du oder nein zum einschmelzen alles andere habe ich gefunden alles andere ist kaputt aber die habe ich nicht gefunden wozu brauchst du die zum ausräumen wenn es kaputt ist jetzt schaue ich auch mal was du hast sag einmal da ist sie gut dann machst du ja genau ja hast du ok ja die habe ich gefunden der hund ist genau vom eingang gell ja wollte ich nur sagen der hat ja echt nicht viel wie machen wir denn das jetzt ich geh mal raus ne wir können ja auch drüber springen brauche ich denn doch da noch frames also geht ja nicht oder hat auch von da oben könnte machen naja das ist wurscht warte bisschen ich geh mal raus ne was warte ja du hast ihn ja dann fliegen wir raus nein du kannst von da durchschlagen da passiert nichts sie müssen nur durchschauen hey hm das machen die figur sauber kunststücke da ah schau der eine ist tot und mir dachte wenn man drauf hinter solle sachen schlägt dann fliegt man raus nein nur diesen merkwürdigen ton hörst wenn du was trifft was im händler gehört aber dadurch kann ich nicht hauen ich müssen bei der türe sein ja das ist sinnlos ja dann mach halt auf und renn raus ja da kann man nicht raus rein doch so Tür zu sei froh dass die den händler nicht umbringen können so da war ein paar pappen pilz daneben ja da ist ein grüner zombie wo wo ach so im kopf selbst ist das der händler hast du den händler jetzt eigentlich ein zeichnet auf der karte nein noch nicht ok was ist das für ein ding schau dir das einmal an wo wo ach das ist ein ferrl das ist ein ferrl äh oh oh ja das ist ein ferrl das ist ein ferrl das ist ein ferrl au der hat mich voll erwischt das ist ein ferrl das ist ein ferrl das ist ein ferrl wo ist er wo ist er koppert sich in luft gejagt Der Ferdel ist bei mir übrigens, ja. Ja, ich erlede gerade die anderen. Er war bei mir. So. Zum Glück habe ich elf Tabletten mit. Du brauchst dich doch nicht etwa. Na ja, 22 Leben habe ich noch gehabt. Ach schon. So. So, bist du im Pop beim Büß drinnen? Nein, ich bin daneben. Ich räume gerade die Zombies da aus. Ach so, okay. Oh, da kommt wieder ein Dach. Jetzt hänge ich fest. Moment. Kannst du mal kurz schauen? Ich bin gerade mit der dicken Lady hier. Am flirten. Dann mag ich schnell den Händler. Der ist wieder grüner. Ja, wir wollten doch mehr Action. Bitteschön, jetzt hast du mehr Action. Au, au. Köter? Ja. Leider. Nicht mehr Köter? Das reicht schon. Die ist schon hin. Armer Zombie. So, jetzt habe ich noch immer nicht markiert. Dann mach es jetzt einmal. Ja, passt du auf? Ja. So wie vorhin, ne? Was denn? Wie soll... Doofi. So, safe. Ähm... Ich habe ihn jetzt einmal markiert, aber freigeben. Ja, ja, kannst nachher. Das ist egal. So. Ich habe es jetzt freigeben. Okay. Dann gehst du nicht durch die Tür durch. Weil da ein Zombie war und ich mir dachte, dann kommt der gleich raus. Schauen wir mal den. So. So, Skills. Wie spät haben wir es denn? 53. Mhm. Das hat er schon. Der ist notwendig gewesen jetzt, so. So. Wie teilen wir uns auf? Ähm... Mach du die eine Hälfte und ich die andere. Okay. Welche nehme ich? Die, auf der du gerade bist. Ich bin rübergegangen auf die andere Seite. Also vom Eingang links und vom Eingang rechts, meinte ich. Alter Schwede. Puh. So. Untouched. Sind ganz schön viele Pillen, du gerade. Ja. Aber ich finde gar keine Pillen. Ich, ähm... Du einfach einmal. Wenn du Pillen brauchst, sagst, ich habe genug mit. Nein, ich habe auch... Naja, die finde ich schon, aber... Bis jetzt da, in dem Geschäft habe ich noch nicht wirklich was gefunden. Ja. Nicht so... Nicht so... Nägeln habe ich gefunden. Mhm. Da ist alles leer. Da kommen wir. Grüß Sie. Nein. Nein. Was? Nein, nein. Er hat mich gekraut. Mann, Peti, du kannst mich doch nicht einfach so aus dem Dämmerschlaf rausreißen, sagt Crow. Welchen Dämmerschlaf? Was? Der Crow scheinbar. Der hat gerade so halb geschlafen. Scheinbar hast du inzwischen durch mal aufgeweckt. Ich doch nicht. So ist sicher nur geträumt. Mhm. Garantiert, ja. So, haben wir. Was dann? Ähm... Ich habe schon wieder eine... eine Bissverletzung. Achso. Sag mal, hörst du auch so komische Geräusche, oder... ...dreh ich jetzt komplett durch? Meinst du dieses... Oder was? Ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Da hinten ist übrigens noch Highlight, da leben noch ein paar Zombies. Ja, ja, da ist ein heißer Dach drinnen. Okay. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 15 Uhr. Hat es da alles brav gelootet? Ja. Leider kriegt er das ja nicht mit. Soll ich Kaffee kaufen? Nein. Wir haben mehr als genug Kaffee. Da kommen gerade fünf Zombies, gell? Wo? Ja, bei mir. Draußen. Okay. Brauchst du Hilfe? Jetzt sind es Nummer vier. Okay. Achtung, einer kommt rein, bitte, Tür. Jetzt nicht mehr. Er grinst zwar noch blöd, aber das würde ihm gleich vergehen. Entschuldigung. Ahem. Sorry. Danke. Ähm. Ähm. So. Schreierin haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Sei doch froh. Schreierin brauche ich echt keiner. Achso. Ja, ich bin, bin voll. Ich mach auch gerade Platz in meinem Inventar. Ah, das war der Surm von so einer Lichtanzeige. Okay. Was ich gehört hab. Da ist noch einer. Ey, ey. Lass du die, lass du die Bench in Ruhe. Okay. Also, warst du jetzt daneben drinnen, oder was? Ja. Hallo. Achso. Na, das ist kaputt. Es sind die meistens. Na ja, darum hat es mich ja gewundert, dass wir überhaupt den nicht gefunden haben, ne? Ja. Am letzten Mal. Das sagt sie aus. Hä? Was ist denn? Ne, ein Reinforced Splint. Bio-Fuel. Ja, da hab ich auch ein Rekki davon. Mhm. So. Ja, weißt du was? Dann kommen wir mal her. Ich leg dir da in die Box was, was du vielleicht auch hast. Ja. Ich pass einmal kurz auf. Dann da was schon drinnen. Du, es ist jetzt 10 Uhr, gell? Huch. Ja, ja, ich höre schon. Ähm, ich würde sagen, ähm... Da rein, komm. Na gut. Da rein. Und du machst zu? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, oder? Ja. Oh Gott, hier locke ich mich aus. Na gut, also tschüss. 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 Sade an.